Ege Quirin Asam war ein deutscher Maler, Stuckateur und Bildhauer des Spätbarocks. Leben, nach seiner Lehrzeit bei seinem Vater, dem Maler Hans-Georg Asam, war seine erste selbstständige Arbeit der Bau der Klosterkirche in den Jahren 1717 bis 1723. Ege Quirin arbeitete hauptsächlich mit seinem Bruder, dem Baumeister und Maler Kosmas Damian Asam zusammen. So schufen sie 1723 Vierundzwanzigstel in knapp eineinhalb Jahren die Freskierung und Stuckierung des Freisinger Doms. Nachdem Ege Quirin Asam sich in München niedergelassen hatte, konnte er zwischen 1729 und 1733 mehrere neben seinem Wohnhaus gelegene Grundstücke erwerben. Dort errichtete er ab 1733 zusammen mit seinem Bruder Kosmas Damian die Kirche Sankt. Johann Nepomuk, die als eines der bedeutendsten Bauwerke der beiden Hauptvertreter des süddeutschen Spätbarocks gilt. Asam arbeitete zuletzt in der Residenz Mannheim an den Stuckaturen des Schlosses und an der Ausmalung der Jesuitenkirche. Im Zweiten Weltkrieg sind all diese Werke Asams in Mannheim zerstört worden. Für weitere Informationen zu Leben und Werk der Brüder Asam, siehe Artikel Brüder Asam. Werke von Ege Quirin Asam. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Untertitelung des ZDF, 2020